Was? Eisenplatten. Gut, das Fett brauchen wir noch. So, jetzt haben wir das zumindest miteinander verbunden dann, wenn es dann soweit ist. Jetzt fehlen nur noch die Eisenplatten, die 15 Stück. Ich muss mir was schmelzen hier. Eisen. So, 15 Eisenplatten. Ach komm, ich gehe mal irgendwie auf Heijagd, oder? Ich kann das mal wo ein paar Haie finden. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird es wohl eine Schelle hier, oder? Immer dann, wenn du Gehen brauchst, hast du vier oder fünf am Ben kleben. Hallo, Heijagd, wo seid ihr? Kuckuck. Hallo? Hier ist nicht ein Heijagd zu finden. Medikit haben wir ja, ne? So ist es ja nie. Für einen Fall der Fälle. Das Essen möchten wir auch bald. Hei, 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 hei. Hallo, hei, 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 wo bist du? Ich bin kein so glückende Weile Tau. Ich sehe auch gerade keinen. Es will doch auch gerade keiner kommen, oder? Hm. Hallo, hi. Wo bist du? Hallo, hi. Na komm schon. So, wie weit ist es, wo wir uns nach Hause weggeschwommen? Schon im Brum, oder? Wir sind schon ein paar Meter schon weg. Ja, das ist, ähm, ein Stück Fleisch. Das sollte ja eigentlich helfen, aber das hat das letzte Mal auch nicht geholfen. Meistens kommen die dann, wie gesagt, immer dann, wenn du sie gar nicht brauchst. Dann hast du ein Hai im Schuh kleben. Ich brauche doch nur ein Matkit. Matkit. Coole Sache. Also, es könnte echt langsam mal ein Hai kommen, ne? So ist es nicht. Alles klar, Helper, man sieht sich. Und danke dir, fürs Reinschauen. Ich wünsche dir heute noch was. Vielleicht habt ihr beim bis zum nächsten Mal ein Hai gefunden. Da ist einer. Jetzt, ich habe ihn zwei Schläge und er ist tot und ich habe kein Fett bekommen. Mann, Mann. Das ist gemein. Ich habe kein Fett bekommen. Ich hoffe, es kommt noch ein Hai. Langsam wird es nämlich echt, ähm, nötig. So, ich tue doch trotzdem mal... ...das Essen gehen. So langsam, aber sicher. Boah, nee. Also, Eismat brauche ich nicht. Das schmeckt nicht. Ups. Das schmeckt doch nett. So, schmeißen wir das Fleisch mal noch rein hier. Upsala. Und jetzt bauen wir uns mal noch... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hacknuter. Hacknuter. Ist uh nicht schlecht. Schmeckt bestimmt, äh, gar nicht. Das schmeckt bestimmt, äh, ganz und gar nicht. Ja. So. Zack. Zack, zack. Hier eine Wand haben wir noch. Nö, die tausche ich jetzt nicht mit dem hier aus. 1, 2, 3, 3, 3, 4. Bitte. Halt da hin. So, haben wir das auch schon mal dicht. Ist schon mal gut. Dann haben wir noch eine T2 Wand. Die können wir auch mal noch hinbauen. Die bräuchten wir auch noch. Äh, bräuchten wir schon ein bisschen mehr. So. Haben wir die jetzt da drin. Dann brauchen wir noch 1, 2, 3, 4 Wände davon. Und zumindest 1, 2, 3. Hoffentlich reicht es hierfür noch. Eisenplatten. Ich durfte bald Eisenplatten machen. 15 Eisenplatten. Dabei habe ich doch gerade so fleißig Eisen geschmolzen. So, dann fällt immer noch Fett. Und essen wir bald auch noch was. So. So. Ich würde sagen, ich probiere es hier drüben nochmal. So. 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 Jetzt bleiben wir mal Seelen ruhig hier stehen. Und warten und warten und warten und warten und warten. Und hoffen, dass hier dann ein Hai ankommt. Ich bin ja mit zwei Schlägen oder dann tot. So ist es nie. Dann muss ich ihn so erstmal noch erwischen. Ja. So. Kriegen wir schon irgendwie hin. So. Ich weiß gar nicht, wer mein Nachbar ist hier. Dumm dumm dumm. Heijagd. So. Dann gibt es noch Elevator Step und Elevator Level. Das ist dann, Elevator ist halt nach oben. Das ist automatisch und das ist manuell. Hm. Heijagd. Die Haie. Und mit das, was ich mal war. Nee. Glycerin, Junge, Glycerin kann der machen aus, wo ist denn das Gefahrstoffding? Fett, Lye and Powder und Plastik Plate. Ein Fett. Ein Lye. Ein Fett. Ein Fett. Ein Fett. Gleich. Glycerin. 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 wo er in der Rügel fett geben kann, ey. So ein Sack. Wie gesagt, wenn du eben brauchst, hast du keinen, ne? Und wenn du keinen brauchst, dann greifen sie dich an. Hm. So. Er hat zumindest eine T2-Wand wieder drin. Na gut, ich würde sagen, das verschiebe ich dann das nächste Mal. Ich mache mich mal so langsam auf den Rückweg. Nö. Egal. Ich mache mich auf den Rückweg. Ich muss ja nur in diese Richtung schwimmen. Und das hilft, dass ich sozusagen wo bin. Genau in die richtige Richtung. Interessant. Da bin ich auch weit geschwommen, ey. Mein lieber, schau dir, du. Mann, Mann, Mann. Das könnte langsam noch ein Hai auftauchen. Ja, hier lang. Hey, hier ist Plastik. Das nehmen wir mal noch mit. Kein Hai in der Nähe. Schade. Na ja, gut. Man kann es nun mal nicht ändern. Schmille. Es ist nun mal so. Nee. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich hoffe, es war sehr interessant. Wir haben ein paar Sachen geschafft. Wir haben ein paar Sachen gesammelt. Öfft gebaut, verbessert, umgebaut. Hier einen ordentlichen Gang rausgebaut. Sozusagen jetzt. Wenn ich dann beim nächsten Mal die Haie endlich gefunden habe. Was zum Glück ja nicht so viel ist. Wir brauchen hier nur sechs Stück. Und ich glaube, vier haben wir. Zwei brauchen wir noch. Zwei mal fett. Tja, wollte das dann, denke ich mal, schon werden. So. Wie gesagt, ich danke euch fürs Zuschalten. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich danke euch dafür, dass ihr da wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.